Es ist Deine Geschichte Deine Immer wieder kannst Du sie von Neuem lesen. Du kannst gewisse Stellen nachlesen. Überlesen Zeilen streichen Dich verlesen Kurz anlesen oder weiterlesen Es existieren Seiten, die kennst nur Du, in- und auswendig. Seiten, die Dich langweilen. Dich ängstigen Dir Mut geben Dich schwächen Dich berühren Dich fallen und aufstehen lassen Oder zum Nachdenken anregen Glücklich stimmen Dich wütend oder traurig machen Seiden 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 an und in Dir Jeden Tag entscheidest Du ganz allein Welche Stelle Du in Deinem Buch lesen möchtest Da ist noch so viel zu sagen Worüber Du schreiben und nachdenken könntest So viele Gedanken und Gefühle in Dir Blättere Blättere um In Deinem Herz In Deinem Herzen Jetzt In dem Moment Alles ist in Ordnung Du bist in Ordnung Mache eine Pause Und das Was Dir Lebenskraft schenkt Denn Es ist Deine Blättere Musik Blättere